Bitte, setzen Sie sich. Also, was bringt Sie zu mir? Ja, mein Alltag stresst mich ziemlich. Ich bin beruflich, ich bin Geldeintreiber. Ja, das bedeutet, wenn Leute ihre Zinsen nicht zahlen, muss ich mich darum kümmern, dass sie es tun. Das ist halt einfach extrem belastend. Dann treiben Sie die dann ein. Na ja, erst haben Sie keine Kohle, dann braucht man den aufs Baum und dann auf einmal haben Sie Kohle. Also man muss immer erst diesen Druck ausüben, damit die Leute anfangen zu funktionieren. Kann Sie sich da nicht irgendwelche beruflichen Freiheiten nehmen? Vielleicht eine Pause einlegen? Auf gar keinen Fall. Ja, ich meine, wenn man so lange da drüben ist, dann kann man nichts anfassen. Außerdem sind es nicht nur Menschen, nur mit dem Bild. So viel Geld, Ganggebiete, Leute, die einen jagen. Na ja, also, wenn Sie mich fragen, klingt das alles wie eine Art Spiel. Moment mal, Spiel? Das ist kein Spiel, das ist mein Leben! Das ist kein Spiel. Ja, hallo. Untertitelung des ZDF, 2020